Meine Damen und Herren, ich rufe den Tagesordnungspunkt 54 auf Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle Stunde betreffend eine Aktuelle Stunde neuer Regeln für die hessische Feuerwehr usw. Drucks. 19 3298. Hierzu gibt es die mündliche Frage des Kollegen Markus Meysner. Die rufen wir zuerst auf. Bitte sehr, du hast das Wort. Ich frage die Landesregierung, welche Sonderregelung ist für Seniorinnen und Senioren in der Feuerwehr getroffen worden? Herr Innenminister. Herr Abgeordneter, meine sehr geehrten Damen und Herren! Für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen endet mit Vollendung des 60. Lebensjahres der Feuerwehreinsatzdienst. Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann diese Feuerwehrdienstzeit auf Antrag über das vollendete 60. Lebensjahr hinaus, um eine bestimmte Frist jedoch nicht länger als bis zum vollendeten 65. Lebensjahr hinausgeschoben werden. Die Höchstaltersgrenze beruht auf den vielfachen Belastungen und Risiken im Einsatzdienst der Feuerwehren. Der Unfallversicherungsschutz für die Angehörigen in den Ehren- und Altersabteilungen gilt beispielsweise für die Teilnahme an Mitgliederversammlungen und Ausschusssitzungen, vorbereitenden Sitzungen, Besprechungen und Vorbereitungsmaßnahmen für Veranstaltungen geselliger und sonstiger Art, Festzüge der freiwilligen Feuerwehr, Tagungen der Feuerwehrverbände und den Großkundgebungen des Deutschen Feuerwehrverbandes. Hinzu kommen Veranstaltungen, deren Ziel die Mitgliederwerbung oder die Darstellung der Aufgaben der freiwilligen Feuerwehren in der Öffentlichkeit ist. Kameradschaftliche Zusammenkünfte mit offiziellem Charakter, wie beispielsweise Ausflüge, Kameradschaftsabende oder sonstige Aktionen der freiwilligen Feuerwehren vom Tag der offenen Tür über die Brandschutzwoche bis hin zum Feuerwehrjubiläum. Eine Altersgrenze für diese Tätigkeit ist nicht vorgegeben. Für Angehörige der Ehren- und Altersabteilung gewährte die Unfallkasse Hessen bisher Unfallversicherungsschutz bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres auch für Ausbildungsmaßnahmen, die Gerätewartung sowie Brandschutzerziehung und Aufklärung. Nach Vollendung des 65. Lebensjahres konnten diese Tätigkeiten für die Gemeinde unter der Voraussetzung versichert werden, dass diese Personen in einem Beschäftigungsverhältnis zur Gemeinde stehen. Bei der Prüfung des Versicherungsschutzes musste jedoch immer der konkrete Einzelfall von der Unfallkasse Hessen separat beurteilt werden, und die Versicherungsleistungen waren insgesamt geringer. Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat deshalb gemeinsam mit dem Landesfeuerwehrverband Hessen und der Unfallkasse Hessen eine Sonderregelung geschaffen, mit der Feuerwehrangehörige, die aus Altersgründen nicht mehr am Einsatzdienst teilnehmen dürfen und über 65 Jahre alt sind, ihr Engagement im Dienst unserer Feuerwehren fortsetzen können. Dies ist zum einen der Tatsache geschuldet, dass die aktiven Feuerwehrangehörigen der hessischen Feuerwehren durch erweiterte Aufgaben und die gestiegenen Anforderungen zeitlich immer stärker belastet werden. Zum anderen entspricht dies häufig dem Wunsch der Seniorinnen und Senioren, sich auch nach Eintritt in den Ruhestand weiter in ihrer Feuerwehr ehrenamtlich zu engagieren. Die im aktiven Dienst in den Feuerwehren gesammelten Erfahrungen und Kenntnisse sind sehr wertvoll und sollen an die Folgegenerationen weitergegeben werden. Auch wenn die Teilnahme am Einsatzgeschehen nicht mehr möglich ist, können die Angehörigen der Ehren- und Altersabteilung sich auch nach ihrem jahrelangen dankenswerten Einsatz weiterhin vielfältig aktiv bei den Feuerwehren einbringen. Dieses Engagement soll mit der Sonderregelung gefördert werden. Die Regelung gilt deshalb für Feuerwehrangehörige, die aus dem aktiven Dienst ausgeschieden sind und sich in der Ehren- und Altersabteilung ihrer Feuerwehr befinden, bis längstens zur Vollendung des 70. Lebensjahres. Dies gilt nicht für Aufgaben des Einsatzdienstes. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Herr Kollege Meysner hat das Wort. Als Erster, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Man könnte es jetzt ziemlich einfach machen und sagen, ich schließe mich den Worten meines Vorredners an. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem demografischen Wandel beschäftigt. Hierbei ist uns bewusst, dass auf die Nachwuchsarbeit in besonderem Maße ein Auge draufgeworfen werden muss. Wir alle dankbar sein müssen, dass es freiwillige Feuerwehrkammerade und Kameraden gibt, die sich tagtäglich 24 Stunden am Tag bereit halten, um anderen in der Not zu helfen. Rein rechtlich ist mit diesem aktiven Einsatzdienst allerdings mit 65 Schluss. Damit verbunden endet auch der Versicherungsschutz der Unfallkasse. Wie erwähnt, in einem Behelfskonstrukt konnte man die weiterhin aktiven Kameraden und Kameraden, die bei anderen als einsatzdiensttätigen Aufgaben über die 65 hinweg mitgearbeitet haben, zwar versichern, aber weitaus schlechter als die Kameraden unter 65. Gerade bei uns in Deutschland stellt sich immer wieder schnell die Frage, wie ich denn überhaupt versichert bin. So war z. B. ein 64-jähriger Gerätewart für die gleiche Arbeit wesentlich besser abgesichert wie sein vielleicht 67-jähriger Kollege. Nun hat die Landesregierung zusammen mit dem Landesfeuerwehrverband und der Unfallkasse Hessen den Versicherungsschutz inklusive der Mehrleistungen für Feuerwehrangehörige, das ist das Wichtige, bis zur Vollendung des 70. Lebensjahres verlängert und somit die bestehende Versicherungslücke geschlossen. Dies eröffnet den aktiven Seniorinnen und Senioren in der Feuerwehr die Möglichkeit, unbedenklich im Feuerwehrwesen länger mitzuwirken, zwar nicht im aktiven Einsatzdienst, aber daneben gibt es noch unzählige Möglichkeiten, die bisherige und für uns unbezahlbare Erfahrung und das dazugehörige Wissen weiterzugeben. Brandschutzerziehung, Ausbildung, Medienpressearbeit, Jugendarbeit, Gerätewart, logistische Unterstützung, Verwaltungsarbeit und vieles mehr ist nur ein kleiner Auszug aus den Möglichkeiten, in denen nun der gesetzliche Unfallversicherungsschutz inklusive der Mehrleistungen für Feuerwehrangehörige bis zur Vollendung des 70. Lebensjahres gilt. Gerade wenn man als Aktiver die 65 vor Augen hat, noch fit ist, vielleicht 700, 800 Einsätze in der langen Zeit hinter sich hat und nun weiß, bei Einsätzen nicht mehr aktiv zu sein, hat dies bei vielen mir bekannten Kameraden ein Unwohlsein hervorgerufen. Aus der praktischen Erfahrung heraus wird diese neue Lösung viele der älteren Kameradinnen und Kameraden positiv stimmen, denn wer einmal mit dem Feuerwehrvirus infiziert ist, will davon nicht mehr loskommen. Der neue Versicherungsschutz ist nun eine Möglichkeit, den oder die Kameradinnen mitzunehmen, weiterhin ihm oder ihr das Gefühl zu geben, dazuzugehören und vor allem auf den großen Erfahrungsschatz, das Wissen und die Kompetenzen, die in den vielen Jahren erarbeitet worden sind, nicht zu verzichten. Aus eigener Erfahrung kann ich zu diesem Motivationsbaustein, so will ich ihn mal nennen, der hier gefunden und ausgearbeitet wurde, nur gratulieren. Es gilt allerdings nun, diese Vorgabe durch die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden mit Leben zu erfüllen. Aber so, wie ich die Feuerwehr seit über 30 Jahren aktiv erleben darf, wird dies auch gelingen und viele ältere Feuerwehrkameradinnen und Kameraden sichtlich erfreuen und vor allem motivieren, weiterzumachen. Vielen Dank den Beteiligten, dem Innenminister, seinen Mitarbeitern in dem Landesfeuerwehrverband Hessen und besonders natürlich der Unfallkasse Hessen, die diese Möglichkeit geschaffen haben. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich an dieser Stelle hervorheben, dass die Feuerwehren in Hessen der CDU wichtig waren und es auch weiterhin sein werden. Nicht nur der CDU, das ist gut zu hören. Ich möchte erwähnen, dass in den vergangenen zehn Jahren mit rund 100 Millionen € Fahrzeuge und Baumaßnahmen gefördert wurden, davon allein 23 Millionen € in den letzten beiden Jahren. 13 Millionen € werden jährlich für den Betrieb der Landesfeuerwehrschule und des Jugendfeuerwehrausbildungszentrums bereitgestellt. Zuletzt wurde die Landesfeuerwehrschule mit 6,6 Millionen € auf den neuesten Stand gebracht. Sie sehen, die Feuerwehren können sich auf das Land Hessen als Partner verlassen. Für die Zukunft wünsche ich mir und uns noch viele verschiedene, aber wichtige Innovationen dieser Art zur Motivation und zum Erhalt des Feuerwehrwesens und besonders zur Unterstützung der Arbeit unserer Feuerwehren in Hessen. In dem Sinne der Feuerwehren, Gott zu er, dem Nächsten zu wehr, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Markus Meysner. – Das Wort hat der Kollege Franz, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In Hessen sorgen 73.600 Aktive in den 2.600 Freiwilligen Feuerwehren für die Sicherheit der Bevölkerung und gewähren schnelle und professionelle Hilfe in vielen Notlagen, die die Bürger treffen oder die im Katastrophenfall zu bewältigen sind. Daher möchte ich zu Beginn im Namen der SPD-Fraktion, aber auch sehr persönlich, für dieses herausragende ehrenamtliche Engagement Danke sagen. Wir können diesen Dank und den Respekt aber auch dadurch zum Ausdruck bringen, indem wir seitens der Politik Überlegungen anstellen, wie die Rahmenbedingungen für die Aktiven und die Feuerwehren verbessert und weiterentwickelt werden. Die SPD-Fraktion hat durch ihre Initiativen zum Thema Rettungskasse und Sondersignale für Führungskräfte wichtige Themen aufgegriffen und in die parlamentarische Debatte gebracht. CDU und GRÜNE haben zwar in ihrer kleinkarierten Art unsere Anträge abgelehnt, das war aber so, aber in einer gewissen Schamfrist hat die Landesregierung dann die entsprechenden Vorschläge der SPD umgesetzt. Mit der vielbeschworenen Gemeinsamkeit des Landtags zum Thema Feuerwehren ist das Abstimmungsverhalten von CDU und GRÜNEN jedenfalls nicht in Einklang zu bringen. Aber wenigstens hat es praktische Verbesserungen für die Feuerwehren gebracht. Gegenstand der Aktuellen Stunde ist heute die neue Sonderregelung, die älteren Aktiven in den Freiwilligen Feuerwehren die Option eröffnet, über das 65. Lebensjahr hinaus in bestimmten Bereichen weiter engagiert mitarbeiten zu können. Diese Regelung ist erforderlich, weil eigentlich § 10 Abs. 2 des HBKG vorgibt, dass mit 65 spätestens die aktive Tätigkeit endet. Darauf wurde ja schon auch verwiesen. Dabei muss man wissen, dass der Dienst zwischen 60 und 65 nur mit vorheriger ärztlicher Untersuchung und mit Genehmigung der Kommune möglich ist. Das ist auch erforderlich und richtig, weil es darum geht, den Anforderungen einer Einsatzabteilung gerecht zu werden. Dieses Anforderungsbefehl ist jedoch bei dieser Sonderregelung nicht erforderlich, weil es nicht um weitere Mitarbeit in der Einsatzabteilung geht, sondern darum, dass die großen Erfahrungen und umfangreichen Kenntnisse der Seniorinnen und Senioren weiter der örtlichen Wehr in vielen Bereichen als Unterstützung zugutekommen können. Die Themenbereiche sind vielfältiger Art von der Brandschutzerziehung in Kitas und Schulen, Unterstützung bei der Ausbildung, Hilfe bei der Vorbereitung von Übungen oder bei Gerätewarttätigkeiten, um nur einige zu nennen. Der Innenminister hat schon die ganze Liste aufgezählt. Die freiwilligen Feuerwehren können so durch die Seniorinnen und Senioren spürbar entlastet werden und sind zudem bei dieser Tätigkeit durch die Unfallkasse in größerem Maße abgesichert, als das bisher in der Alters- und Ehrenabteilung der Fall ist. Träger der Unfallkasse sind im Übrigen nicht nur das Land, sondern auch die Kommunen in Hessen, die damit natürlich auch einen Vorteil haben. Bei der Vorstellung dieser Sonderregelung durch Staatssekretär Koch wurde wie auch in der Pressemitteilung der Landesregierung vom 12.04. zu Recht exemplarisch auf das Engagement von Peter Hilfinger verwiesen, der wie viele Ältere mit Herzblut in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv war und ist, früher als Wehrführer und heute aktiv in der Brandschutzerziehung im Kindergarten und in anderen Bereichen. Im Wiesbadener Kurier vom 19.04. konnte ich lesen, dass Herr Hilfinger 71 Jahre ist. Die jetzt vorgestellte Sonderregelung gilt jedoch nur bis zum 70. Lebensjahr. Herr Hilfinger hat also nichts von dieser neuen Regelung, was ich sehr bedauere. So ganz stimmt das auch mit der Überschrift nicht in der Aktuellen Stunde nach dem Motto Engagement keine Frage des Alters. Vielleicht sollten die Landesregierung die Festlegung mit 70 Jahren nochmals überdenken, zumal jeweils für die Ausübung der Tätigkeit die Zustimmung der Kommune und der Leitung der Feuerwehr erforderlich ist. Auch bin ich davon überzeugt, dass gerade die Seniorinnen und Senioren, die so mit Herzblut bei der Sache dabei sind, ihre Leistungsfähigkeit selbst einschätzen können und verantwortlich handeln würden. Diese Regelung macht aus Sicht der SPD Sinn und ist richtig, weil sie für alle Beteiligten Vorteile bringt. Gäbe es einen Antrag, würden wir als Sozialdemokraten diesem Antrag auch zustimmen. Im Wettbewerb der Initiativen stände es damit 2 zu 1 für die SPD, also nach dem Motto Rettungsgasse und Sondersignale und jetzt das von der Landesregierung oder der CDU, nach dem Motto Sondersignale. Nach meiner Auffassung steht es jetzt 3 zu 0 für die freiwilligen Feuerwehren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Denn alle Regelungen unterstützen die Arbeit der Feuerwehren und verbessern sie wesentlich. Darum geht es vorrangig. Für die SPD ist dies auch künftig Maßstab unseres Handelns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank, Kollege Franz. – Das Wort hat Frau Abg. Goldbach, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vizepräsidentin Heike Habermann Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir irgendjemanden hier im Raum fragen oder vielleicht auch die Schülerinnen und Schüler da oben fragen, was sind denn die Aufgaben der Feuerwehr? Ich glaube, da wird jeder, wie aus der Pistole geschossen, sagen, retten, löschen, bergen, schützen. Woher wissen wir das? Wir wissen das, weil wir alle einmal unterrichtet wurden, nämlich von Feuerwehrleuten. Oft schon im Kindergarten, aber spätestens in der Grundschule. Wir haben Besuche im Feuerwehrmuseum gemacht, und das beschreibt schon genau diese Aufgabenbereiche, die auch ältere Menschen in der Feuerwehr noch gut machen können. Bisher – wir haben die Fakten schon gehört – er musste, wer 60 ist, aus dem aktiven Dienst ausscheiden und konnte auf 65 verlängern lassen. Wenn man sich das einmal bundesweit anschaut, ist es leider auch so, dass es da gar keine einheitlichen Regelungen gibt, sondern die variieren. Wir haben die Altersobergrenzen von der Vollendung des 60. bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres. Es gibt leider auch noch keine Flexibilisierungskorridore. Daneben bleibt in Hessen noch, neben dieser Verlängerung, der Wechsel in die Alters- und Ehrenabteilung. Genau darum geht es jetzt auch. Denn für den Wechsel in die Ehren- und Altersabteilung gab es einen verminderten Versicherungsschutz. Klar war, wir wollen das, Feuerwehrleute wollen das, weiterarbeiten nach dem 60. Lebensjahr. Aber es fehlte der Versicherungsschutz. Das haben wir eben gehört, dass das Land Hessen, das Innenministerium zusammen mit dem Landesfeuerwehrverband und der Unfallkasse Hessen jetzt geregelt hat. Ich finde es wichtig, zu sagen, welche Aufgaben diese älteren Feuerwehrleute ausführen können, nämlich Brandschutzerziehung, was ich eben beschrieben habe, also in Schulen, in Kindergärten zu gehen, Gerätewartung, das hat Kollege Meysner auch schon gesagt, Verwaltung, denn eine Feuerwehr will auch verwaltet werden, auch eine Ehrenamtliche. Ausbildung ist ungeheuer wichtig, auch die Pressearbeit der Feuerwehr und die Dokumentation der Feuerwehrgeschichte. Es gibt drei wesentliche Gründe, warum diese Regelung für die freiwilligen Feuerwehren sehr gut ist. Das Erste ist, dass wir sinkende Mitgliederzeilen haben. Mit dieser Regelung haben wir jetzt ein Potenzial von etwa 9.000 Feuerwehrleuten. Das sind genau die, die sich in diesem Alterskorridor zwischen 61 und 70 befinden, die jetzt gut versichert weitermachen können. Das andere ist der demografische Wandel. Das wissen wir alle. Wir reden ständig darüber. Gerade im ländlichen Raum haben wir das Problem, wir müssen irgendwie unsere Strukturen erhalten. Strukturen erhalten heißt unter anderem auch, wir brauchen die Feuerwehren dort, wir brauchen den Nachwuchs dort. Es gibt nicht mehr so viel Nachwuchs in den Feuerwehren und in den Jugendfeuerwehrorganisationen. Wir haben zum Glück eine steigende Anzahl von jungen Mädchen, Frauen, die da mitmachen. Das finde ich prima. Aber deshalb ist es doch ein logischer Schritt, zu sagen, dann lassen wir die Älteren eben länger dabei. Wir nutzen ihre Kompetenz und ihr Wissen und können damit unsere Strukturen, die wir unbedingt brauchen, wir können gar nicht ohne diese Strukturen, länger und besser erhalten. Zurück zu der Brandschutzerziehung in Kindergarten und Schule. Das ist doch auch viel schöner, wenn da jemand steht, der vielleicht 65, 68, 70 ist und der kann Geschichten erzählen, der kann den Kindern ganz anschaulich erzählen von Bränden, von Unfällen, die passiert sind, und kann sie damit schulen darin, vorbeugenden Brandschutz selbst überall zu betreiben. Ich glaube, dass wir damit einen großen Gewinn mit diesem reichen Erfahrungsschatz älterer Menschen haben. Der nächste Grund, warum das gut ist, ist die Altersdiskriminierung. Wir treten in Deutschland gegen jegliche Form der Diskriminierung ein, Diskriminierung von Frauen, von Menschen mit Handicap, von Menschen mit Migrationshintergrund. Aber eines ist leider immer noch gang und gäbe, nämlich die Diskriminierung von älteren Menschen, sei es bei der Einstellung in Berufen, sei es im täglichen Leben und leider auch im Ehrenamt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, an dem wir sagen können, auch hier möchten wir das nicht. Wir wollen keine Altersdiskriminierung. Wer älter ist, ist deswegen nicht schlechter. Im Gegenteil, wir brauchen diese Menschen. Mit dieser Regelung gehen wir ein gutes Stück weit weg von einer solchen Diskriminierung hin zur Einbeziehung der älteren Menschen mit ihrem Erfahrungsschatz in die aktive Arbeit, nicht in den aktiven Brandschutz, sondern in das aktive Ehrenamt, z.B. in den Feuerwehren. In dieser Richtung ist noch ein gutes Stück zu tun gegen Altersdiskriminierung. Aber ich glaube, insgesamt haben wir mit diesem verbesserten Versicherungsschutz, das klingt so wie eine ganz kleine Regelung, aber es ist für uns im ländlichen Raum ein wichtiger Schritt zur Erhaltung der Strukturen und Einbeziehung der älteren Menschen gemeinsam für die Feuerwehren in Hessen und deren Begründung. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. – Das Wort hat der Abg. Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich denke, es ist gut, dass wir uns heute wieder einmal bei dieser Gelegenheit mit der Rolle und der Bedeutung der Feuerwehren in unserem Land Hessen befassen. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass trotz der großen Zahl von Menschen, die sich dort engagieren, eine noch viel größere Zahl von Bürgern nicht so recht weiß, was die da eigentlich machen und für was brauchen wir die da – solange man nicht selbst betroffen ist, sieht man immer nur, was das kostet und was in den Gemeinden aufgewendet werden muss. Aber die Tatsache, dass wir 500.000 Alarmierungen jedes Jahr haben, macht die Bedeutung deutlich. 500.000-mal wird über die 112 um Hilfe gerufen, und etwa in der gleichen Zahl 500.000 ist die Zahl der Menschen, der Mitglieder, die sich bei den Freiwilligen Feuerwehren engagieren. Davon aktive knapp 75.000. Das ist schon erwähnt worden. Meine Damen und Herren, diese ehrenamtliche Arbeit für unsere Gemeinschaft ist es mehr als nur wert, hier erwähnt zu werden und hier immer wieder hervorgehoben zu werden. Die Aufgabe, die diese Menschen für die Allgemeinheit, für die Menschen im Einzelnen aber auch erbringen, mit Schutz vor Brandgefahren, vor allem aber auch für die Rettung von Leib und Leben, ist eine Aufgabe, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung schlicht und unverzichtbar ist. Damit, so profan ich das in diesem Zusammenhang bewerten will, müssen wir uns auch vor Augen führen, was hiermit gespart wird, was die Kommunen sparen, die verantwortlich sind für die Gewährleistung des Brandschutzes, dadurch, dass viele Menschen sich ehrenamtlich dort einbringen. Ich sage das sehr deutlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir könnten das überhaupt nicht bezahlen, wenn es dieses Engagement nicht gäbe. Wir könnten nicht hauptberuflich den Brandschutz gewährleisten. Meine Damen und Herren, wir müssen feststellen, und das ist ein wesentlicher Punkt, dass wir durchaus einen erheblichen Rückgang des Engagements haben, insbesondere bei den Jugendfeuerwehren. Auf der anderen Seite werden steigende Engagements bei den Kinderfeuerwehren gemeldet. Wir haben dort ca. 760 Gruppen mit 8.350 Kindern. Das waren die Zahlen aus dem letzten Jahr, eine Steigerung von fast 30 %. Ich kann nur hoffen, dass das auch ein Schritt auf dem Weg ist, auch die Nachwuchssicherung über die Jugendfeuerwehren letztlich für die Einsatzabteilungen zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund erklärt sich dann auch die Initiative der Landesregierung, zur besseren Einbindung älterer Menschen in die Aufgaben der Feuerwehr. Wir haben diese Diskussion seit vielen Jahren geführt. Es ist keine einfache Diskussion, das will ich sehr deutlich sagen. Ich bin froh, dass wir jetzt endlich zum Ergebnis gekommen sind, dass es jetzt endlich eine Lösung gibt. Es ist natürlich nachvollziehbar, dass bei den erheblichen physischen Belastungen, die mit dem aktiven Einsatzdienst verbunden sind, ab einem gewissen Alter aufgepasst werden muss, dass Gefahren für die betroffenen Menschen natürlich wachsen und dass man dort entsprechende Schutzvorkehrungen treffen muss. Deswegen gab es und gibt es die normale Altersgrenze von 60. Aber es gibt auch Durchbrechungen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe gestern Abend gerade mit zahlreichen Aktiven, wie aber auch früher aktiven Feuerwehrleuten zusammengesessen, die jetzt in der Alters- und Ehrenabteilung sind. Wir haben genau über das Thema gesprochen, und eine Seniorin aus der Feuerwehr berichtete mir, wie gerne sie seinerzeit in der Brandschutzerziehung weitergemacht hätte. Wir haben uns an gemeinsame Erfolge erinnert, die es in diesem Bereich gegeben hat. Sie durfte nicht, weil sie die Altersgrenze überschritten hat. Damit ist einiges an Engagement und Möglichkeiten verloren gegangen. Das sollten wir uns für die Zukunft sichern und gewährleisten. Deswegen ist die Entscheidung, das, was die Landesregierung jetzt geregelt hat, nach diesen langen Vorberatungen uneingeschränkt zu begrüßen. Das geht über die Verwaltungsaufgaben, die Ausbildungsarbeit, aber vor allem auch hin in die Brandschutzerziehung, wo sich zahlreiche Aufgaben finden, die so besser gelöst werden können als in der Vergangenheit. Ich will jetzt nicht noch das alles wiederholen, was hier erwähnt worden ist, Unfallversicherungsschutz etc. Das sind wichtige Dinge. Ich will nur ankündigen und darum bitten, dass wir hier nicht, wie es teilweise anklang, ein bisschen kleinkariert über Urheberschaft und wer zuerst etwas gesagt hat, diskutieren. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass es bei den Feuerwehren funktioniert, dass es läuft. Ich will Ihnen ankündigen, ich werde auf Sie wegen einem anderen Thema zukommen, das mir wichtig erscheint und wo ich zunehmend von Problemen höre. Das ist neben der Nachwuchsgewinnung, ein altbekanntes Problem, das ist das Problem der Gewinnung von Nachwuchsführungskräften in der Feuerwehr. Da werden wir uns auch Überlegungen machen müssen, wie wir dort größere Anreize schaffen, wie wir vielleicht auch eine Entlastung von Verwaltungsarbeit hinkriegen können. Das sind Dinge, die sich nicht dafür eignen, hier kontrovers diskutiert zu werden. Ich denke, da sollten wir, wie es guter Brauch ist, parteiübergreifend daran arbeiten. Ich sage noch einmal, ich werde dort auf Sie zukommen. Ich hoffe, dass wir auch dort gute Lösungen finden werden. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Vielen Dank, Kollege Greilich. – Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin sehr froh, dass wir nach der letzten Debatte in dieser Debatte in der Tat eine Übereinstimmung unter allen Fraktionen haben, was die Maßnahmen angeht, die in der Tat nur begrüßt werden können. – Ja, es gibt keine Antrags zur Abstimmung, das ist richtig. – Da haben Sie völlig recht. Aber ich glaube, ich nehme auch allen Rednerinnen und Redner für die Fraktionen ab, dass wir hier in der Tat keinen Dissens haben, was das Ergebnis angeht. Auch ich gehe gerne zur Feuerwehr, um Ihnen vor allen Dingen für Ihre Arbeit zu danken, ohne die über 72.000 Feuerwehrfrauen und Männer, die nicht nur bei Bränden – das wird oft vergessen –, sondern auch bei Sturmschäden, bei Überflutungen, bei Unfällen auf Straßen, Flüssen, Industrieanlagen und Wäldern oft lebensrettend wirken, wäre der Brand- und Katastrophenschutz in Hessen gar nicht zu leisten. Es ist immer wichtig, das zu betonen. Deshalb gebührt all jenen, auch von unserer Seite, die hier viel Arbeit, Zeit und Freizeit hineinstecken, um die Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten, vor all unserer Dank und Anerkennung. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90 des Abg. Janine Wissler Dennoch gibt es nicht nur Grund und zu ungetrübter Freude, meine Damen und Herren. Das Ehrenamt muss immer größere Aufgaben wahrnehmen, während ihm immer weniger Menschen und immer geringere Mittel zur Verfügung stehen, wenn man es insgesamt betrachtet. Wir wissen auch, dass viele Arbeitgeber von ihren Arbeitnehmern erwarten, dass diese flexibel sind und im Beruf alles geben. Wir wissen, dass viele Arbeitgeber leider auch wenig Verständnis aufbringen, wenn ihre Arbeitnehmer für Freiwilligendienste auf Weiterbildung gehen oder am Arbeitsplatz kurzfristig fehlen. Das ist zwar gesetzlich geregelt, doch jeder weiß, die Realität ist leider eine andere. Ein großes Potenzial von Aktiven befindet sich heute auch in den Ehren- und Altersabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren. Es ist nun in Hessen eine neue Sonderregelung für die Seniorinnen und Senioren in der Feuerwehr geschaffen worden, und das ist sehr erfreulich. Hier wird die vielfältige Erfahrung langjähriger Feuerwehrleute sinnvoll genutzt, wie ich meine, und vor allen Dingen auch wertgeschätzt. Darauf kommt es ja auch an im Ehrenamt. Dass Feuerwehrangehörige, die altersbedingt nicht mehr am Einsatzdienst teilnehmen können oder aus anderen Gründen nicht mehr können, weiterhin der Feuerwehr für andere Tätigkeit außerhalb des Einsatzdienstes erhalten bleiben, ist sinnvoll und wichtig. Im Vordergrund Ihrer Aufgaben steht dann im Wesentlichen die Ausbildung und Unterstützung insbesondere junger Menschen, um sie an die Feuerwehr heranzuführen und tatsächlich auch für ihre wichtigen Aufgaben fit zu machen. Es ist gut, dass mit dem Landesfeuerwehrverband Hessen und vor allen Dingen der Unfallkasse Hessen nun auch Sonderregelungen gefunden wurden und sie bei ihren Tätigkeiten nun ohne Einschränkung gesetzlich unfallversichert sind, weil das auch eine wichtige Frage ist. Viele Aufgaben können die Feuerwehrangehörigen der Ehren- und Altersabteilung nun auf eigenen Antrag freiwillig und ehrenamtlich mit Genehmigung des Magistrats oder des Gemeindevorstandes und in Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehrleitung nun neu übernehmen. Das ist gut so. Ich wünsche allen Feuerwehrleuten, die diese Möglichkeiten nun wahrnehmen, eine erfolgreiche und vor allen Dingen unfallfreie Tätigkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte mich zunächst sehr herzlich auch im Namen der Kameradinnen und Kameraden der über 70.000 ehrenamtlichen Kräfte in unserem Lande, die sich um den Brandschutz verdient machen, für die Wertschätzung durch dieses Parlament, durch alle Fraktionen sehr herzlich bedanken. Ich finde, das ist sehr angemessen. Deswegen streiten wir nicht, ob wir 3.0, 4.0 oder 5.0 haben. Wir freuen uns darüber, dass wir hier eine große Gemeinsamkeit in der Unterstützung unserer Feuerwehren im Lande haben. Das ist auch das, was ich wahrnehme, wenn wir draußen unterwegs sind, bei vielen Veranstaltungen, bei der Übergabe von Fahrzeugen, bei der Auszeichnung der Feuerwehr des Monats, bei den vielen Veranstaltungen, die im Moment stattfinden, dass die Kolleginnen und Kollegen überall im Lande mit dafür Sorge tragen, dass wir genau diese Wertschätzung, diese Anerkennung, die der Hessische Landtag für unsere ehrenamtlichen Feuerwehrleute übrig hat, genau rüberbringen. Ich finde, dass das einen besonderen Wert darstellt und dafür ebenfalls ein sehr herzliches Dankeschön. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Das ist schön, dass wir über 30 Millionen € in jedem Jahr zur Verfügung haben, um die Feuerwehren im Lande zu unterstützen. Es ist gut, dass davon eben auch Fahrzeuge und Feuerwehrhäuser finanziert werden. Aber der wesentliche Teil ist die Investition, die wir ein Jahr aus vor allen Dingen in die Menschen investieren. Das ist sozusagen der wesentliche Teil, in dem ich auch unsere Aufgabe seitens des Landes sehe. Die Landesfeuerwehrschule, das Jugendfeuerwehrausbildungszentrum, die Unterstützung des Landesfeuerwehrverbandes bei vielen, vielen Themen, die gerade eben auch hier angesprochen worden sind, die Unterstützung der Jugendfeuerwehren bei der Nachwuchsgewinnung, die Schöpfung von neuen Ideen von der Kinderfeuerwehr bis hin zu einer solchen Regelung für die Seniorinnen und Senioren. Das ist sozusagen der Kern unserer Aufgabe, den wir seitens des Landes in unserer zentralen Funktion leisten müssen, weil natürlich die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr am Ende eine Aufgabe der Kommunen nach unseren gesetzlichen Regeln ist. Wir haben mit den neuen Regelungen für die Seniorinnen und Senioren einen kleinen weiteren Meilenstein erreicht. Wir haben dafür Sorge getragen, dass die Kameradinnen und Kameraden, die auch nach allen Regeln der Kunst nicht mehr in der Einsatzabteilung mit dabei sein können, aber sich trotzdem noch einbringen wollen und das auch noch können, dass wir denen die Möglichkeit dazu geschaffen haben und dass sie dafür abgesichert sind. Da geht es darum, dass man natürlich die Erfahrungen der Kameraden für die Truppe sichern möchte, aber es geht auch, das will ich auch nicht verhehlen, natürlich darum, dass mit diesen weiteren ergänzenden fünf Jahren Kameradinnen und Kameraden auch zur Entlastung der Aktiven beitragen können, in ganz wesentlichen Teilen, die die Feuerwehren im Lande ausmachen. Sie können dort mithelfen und können eben die aktiven Kräfte unterstützen und entlasten, und dafür ist es sicherlich ebenfalls ein wichtiger Beitrag. Lassen Sie mich noch einen letzten Gedanken loswerden. Ich finde auch, wenn man in die Feuerwehrversammlungen, die jetzt in diesen Wochen stattgefunden haben, hineingeht und sich anschaut, mit welchem Herzblut viele Kameradinnen und Kameraden auch älteren Semesters noch dabei sind. Wenn es uns gelingt, diese Faszination noch ein bisschen länger zu erhalten, sie noch ein bisschen zu motivieren, dabei zu bleiben und sich für allerlei Aufgaben innerhalb der Feuerwehren zur Verfügung zu stellen, dann ist das eben auch ein Stückchen Wertschätzung und Anerkennung der Arbeit, die ich finde, durch eine solche Regelung auch zum Ausdruck kommt und die uns insgesamt gut ansteht. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Herr Kollege Greilich, es sind noch nicht alle Fragen bei den Feuerwehren gelöst. Natürlich ist es so. Wenn wir unter dem Eindruck des demografischen Wandels stellen, stellen sich noch viele Herausforderungen für die Feuerwehren. Sie haben einen Punkt angesprochen, den wir völlig zu Recht aufnehmen müssen. Wie können wir für die Zukunft Nachwuchsführungskräfte gewinnen? Wie können wir sie ausbilden? Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Stehzeiten in den herausragenden Ämtern nicht mehr so lange sind. Früher haben Wehrführer statt Brandinspektoren, Gemeindebrandinspektoren, viel längere Dienstzeiten gehabt, als das heute der Fall ist. Heute ist es für einen Abschnitt von eher weniger Jahren als früher. Darauf müssen wir reagieren, damit müssen wir umgehen. Deswegen ist das eine wichtige Frage, die Sie angesprochen haben. Genauso müssen wir uns weiterhin sehr engagiert darum kümmern müssen, was wir mit der Nachwuchsgewinnung machen. Wie erreichen wir es in unserer Gesellschaft, ein Klima zu erhalten oder zu bekommen, dass wir Feuerwehrleuten ihre ehrenamtliche Arbeit gegenüber ihren Arbeitgebern noch besser ermöglichen, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Das sind auch wieder nur drei Punkte. Es gibt noch viele weitere Punkte, die wir in den nächsten Jahren noch vor uns haben. Denen wollen wir uns stellen. Jetzt haben wir für Seniorinnen und Senioren einen Meilenstein gesetzt. Ich finde, das ist ein gutes Signal, dass der Hessische Landtag das einvernehmlich unterstützt. Dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Beuth. Damit ist der Punkt 54 behandelt.